Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von HeileWelt. Mein Name ist Marius, ich habe Evangelische Theologie in Tübingen und Beirut studiert und arbeite in der Evangelischen Kirche in meiner Ärztin Schoenberg als Koordinator für Fundraising und Ehrenamt. Mein Wunsch ist es, immer mehr Gemeinden zu erleben, die als Kollektiv funktionieren, in der viele Leute wenig Aufgaben haben und diese Aufgaben dafür richtig, richtig gut machen können. Ich glaube, es braucht dafür drei Dinge. Eine gute Ehrenamtskoordination, ein gutes Fundraising und eine gute Theologie. Und aus diesem Grund möchte ich mich mit euch zusammen auf den Weg machen, diese drei Bereiche immer mehr zu entdecken, damit wir uns da selber weiterbilden können, dazulernen können und gucken können, wie können wir uns im Teil dazu beitragen, dass immer mehr Gemeinden als ein funktionierendes Kollektiv unterwegs sind, durch das das Evangelium von Jesus erzählt und gelebt wird. Und ich glaube, das kann einen großen Unterschied machen für die Regionen, in denen wir unterwegs sind. Viel Spaß auf diesem YouTube-Kanal!